Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, ich begrüße euch zum Eurotaxmonator 2 und heute geht es weiter Richtung Kiel. Und was habe ich gesehen? Man darf sogar den LKW in die Fee reinfahren. Ja, da gab es wahrscheinlich schon die ersten Kommentare beim letzten Video. Und ja, dann werden wir jetzt einfach mal die schöne Überfahrt machen Richtung Kiel. Ja, das finde ich ja toll, das finde ich echt toll. Schön, das gefällt mir. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Kann ich jetzt auch hier so ein schönes Foto machen vielleicht, wie ich hier drinne stehe? Das ist ja auch raus, so geil. Was ist denn hier los? Schade, dass hier keine LKWs vor mir stehen. Oder hinter mir. Naja, brauchen wir nicht mehr. Wir machen einfach jetzt weiter, sonst wird es wieder zu lang. Wir sagen... Fahren wir ein Stück nach vorne, das war dann... So... Ja... Drei Stunden noch was. Und wir hören sogar die Vöglein zwitschern. Da ist er. So, ähm... Jetzt muss ich mal schauen, wie der Maximus... Ja, der ist eigentlich ausgeschlafen. Und wir haben noch eine lange Tour vor uns. Das ist... Ja, dann sind wir ja am Tage erst da. Oh, verdammt, ey. Es wird ja wieder so ein langes Video. Naja, da ist es so. Ihr musstet ja auch wieder warten, ne. Ihr wollt ja... So viel Euro Truck Simulator haben, wie ihr nur wollt, äh... Wie ihr nur könnt, äh, kriegt und... Haha. So, was ist das hier? Aha. Fahren wir mal aus dem Gewerbegebiet einfach mal raus. Hier ist noch eine Werkstatt. Da fahren wir mal in der Nacht. Das ist ja auch schon lange nicht mehr passiert, ne. Weil ich das immer so einstelle, dass ich am Tagewagen fahre. Und ich hab jetzt nicht mal geguckt, welcher Mod das nochmal war, wo ich jetzt zusätzliche Sachen... Ich mach das ja jetzt einfach nur in Anschluss weiter. Und wir ballern jetzt einfach mal schön gemütlich die Straße entlang. So, dass wir unsere Fracht so pünktlich wie möglich... Nötig, pünktlich, wie nötig. Wir müssen aber erst mal schauen. Sieben Stunden noch was, sagt er uns jetzt? Ähm, das Navi hat auch so seine Probleme. Wir werden aber mal schauen. Acht Stunden noch was, die nächste Pause. Das, äh, passt eigentlich alles. Dann brauche ich keine Pause mehr. Ja, schön. Schön, schön. So, dann geht's los. Nach Kiel. An die Kieler Förde. Ich riech' ich riech' so richtig noch das Salzwasser. Warte mal, jetzt könnten wir doch eigentlich, äh, aufblenden, ne? Wie war denn das nochmal richtig? So, nicht? Ach so. Wir lassen's jetzt einfach mal aufgeblendet, auch wenn die anderen Fahrzeuge da vielleicht ein bisschen sich ärgern, dass ich hier so ein bisschen, ja, die Leute nerve damit. Aber so seht ihr im Video auf jeden Fall ein bisschen mehr, dass wir hier durch die Nacht eiern. Ah, gucken wir mal den Modus an hier. Ja, gut. Hier waren wir auf jeden Fall noch nie, ja, in Dänemark. Ist alles für uns neu. Und hier so weit oben in Kiel bin ich auch noch nie lang gefahren. Also, es ist alles hier Debüt für mich, hier lang zu eiern. Ich hatte ja beim letzten Video gefragt hier, ob, äh, jemand dabei ist, der so ein bisschen Ahnung hat, ähm, von dem Eurotrack-Simulator, dass er da vielleicht ein paar Skins baut für den Maximus, für irgendeinen LKW. Und, äh, nächste Woche kommen dann, wenn ich es schaffe, noch zwei besondere Videos. Äh, na, besonders, jedenfalls möchte ich Militärtransport machen. Mit ein Fahrzeug, was ich mir schon runtergeladen habe. Und dann möchte ich noch ein anderes Video machen. Aber dazu will ich noch nicht so viel sagen. Oh, 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 oh. Den Tag bin ich mit meinem Auto auch so ein bisschen an die Bordsteinkante gekommen. Schön die Felgen ein bisschen demoliert. Also nicht doll. Das hat nur einmal so richtig schön Knall gemacht, weil die Sonne hat mich so geblendet. Und da dachte ich eigentlich, oh, ja, ist doch ein bisschen Platz noch. Dann hat es Knall gemacht. Dann dachte ich auch so, naja, toll, Maximus. Das hast du ja ordentlich hingekriegt. Aber, so ist das halt, ne? Ah, jetzt muss der da auch vor mir rauffahren, ey. Trottel. Ah, die sind ganz schön gefährlich, die, die Holper-Dinger. Und so wie ich mitgekommen habe, haben ja schon einige geschrieben, die sagen, ja, ja, Tastaturfahrten, das reicht völlig aus, etc. Und darum mache ich das auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin da wirklich zu faul, jedes Mal das Lenkrad rauszuholen, nur anzuschließen. Nur weil ich jetzt einmal eine Stunde hier mit einem Euro-Truck rumdümpel, so skillmäßig brauche ich jetzt auch nicht einlenken, etc. Ja, klar, wäre es jetzt angenehm, einfach das Lenkrad so in die Richtung zu halten und nicht immer wieder, wie ihr es jetzt seht, mit dem, mit den Tasten so leicht die Kurve machen. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass es für mich gar nicht so schlimm ist, ja. So kann ich mit der Maus schön mal um den LKW rumdödeln und mal gucken, wie das alles aussieht. Oder mit, ja, hier zum Beispiel bin ich jetzt an dem vorbei. Ja, weil, ja, es geht natürlich auch mit dem Lenkrad, ja, aber, ach, oder ich könnte einstellen, dass der automatisch dann dahin guckt, wo ich gerade blinke, etc. Aber irgendwie hat mich das genervt, ja, das hat, äh, da will ich selber meine Kontrolle haben. Und wenn ich dann halt nicht gucke, ob da rechts was kommt, äh, wenn ich links abbiege, pff, ja, da habe ich selbst Probleme, ja. Ja, aber dann guckt er dann halt eh in die Richtung, wo ich blinke und dann müsste ich auch wieder die Maus nehmen und in die Richtung gucken, also deswegen ist da nicht so schlimm. Und man sieht jetzt, die Nacht ist nicht viel und, ja, viel los hier, eher so ein bisschen verhalten. Schauen wir mal, was haben wir noch, vier Stunden, naja, wir kommen gut durch. Wir kommen echt gut durch, nicht viel Verkehr hier auf der Straße, das freut natürlich jeden LKW-Fahrer. Und wir rauschen hier einfach so vorbei mit über 100. Wir fahren über 120, ey, das ist ja unnormal. Wie schnell? 129. Schaffen wir 130? Schau mal. Vielleicht schaffen wir ja noch ein bisschen mehr. Ja, ist halt ein Mercedes-LKW, ne? Obwohl ich eher so ein MAN-Freund bin. Und ein Großteil von der Community steht hier auf Scania. Und ich gucke auch ab und zu mal hier auf D-Max hier, diese On the Road oder diese Trucker. Finde ich auch immer sehr interessant. Oh. Warte mal. 134. Oh, guckt euch mal an, was wir jetzt hier wieder haben. Wir haben hier wieder einen Bug im Spiel. Und das ist immer komischerweise an irgendwelchen Tankstellen, wo das Spiel hier seine Probleme hat. Naja, toll. Fahren wir den roten Fahrt hier oder was? Aber, stört mich nicht. Jedes Spiel hat so irgendwo seine kleinen Probleme. Es kann auch sein, dass das mit einer Mod von mir zu tun hat. Ich habe ja mal irgendwo eine Mod drin, wo die Tankstellen neue, dass die Original-Tankstellen darin sind. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass das mit den neueren Spielen oder mit den neueren Spielstaaten nicht richtig funktioniert. Des Weiteren wurde ich auch schon öfters wieder gefragt, wie es aussieht wie ein Multiplayer. Also, wenn ich angenommen, sag ich mal, 50 Likes habe, dann gucke ich mir wieder den Multiplayer an. Ja, für mich gibt es einfach nicht so den Sinn, jetzt in den Multiplayer langzufahren. Klar werde ich mir das bestimmt irgendwann mal wieder angucken, aber jetzt momentan, ja, nee. So, wir müssen hier ab. Und langsam wird es auch wieder hell hinten, also schön. Bin ja gespannt, wann ich jetzt wieder in Deutschland lande. Die Sonne geht auf. Mehr Fahrzeuge sind jetzt hier auf der Strecke Richtung Hamburg fahren wir jetzt. Ei, 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 ei. Drei Spur ist immer gut. Ah, hier noch Platz mit meinem Truck. Oh, rüber hier. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch mal in den Kommentaren noch einschreiben, ähm, welche Spiele ihr noch gerne sehen wollt, ja, hier auf meinem Kanal. Und eine andere Sache ist, das wäre auf jeden Fall mal, wo ich auch ein bisschen Hilfe bräuchte. Es gibt ja so eine Umfrage in Seiten, ja. Da hinten ist schon wieder so ein Fehler, ey. Und zwar meine ich dann mit Umfrage, dass ich gerne wissen möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel was frage. Wollt ihr Tour 1, 2, 3, 4? Oder, dass ich, ähm, da so eine Seite reinknalle, unten als Link. Und ihr geht da hin und dann klickt ihr es einfach nur an, ähm, welche Tour. Oder zum Beispiel beim, ja, sagen wir mal Project Cars. Ich möchte da jetzt, äh, das nächste Sonntagsrennen machen. Welches Rennen wollt ihr haben, wo ich dann halt nicht alles durchlesen muss. Gut, zu viel ist da jetzt nicht, ja. Ihr macht ja ordentlich immer Hashtag 2, 3, was weiß ich, wenn ich dann mal was frage. Und, ähm, das finde ich immer ganz cool, dass ihr da so zahlreich mitmacht. Und ist ja noch überschaubar, ja. Aber es kann ja durchaus nicht sein, dass es, äh, in geraumer Zeit so ist, dass der Maximus dann noch mehr Kommentare bekommt. Und dann wird's halt, äh, schwierig. Und, ähm, einige haben ja doch bestimmt Lust, da einfach nur einen Haken reinzumachen. Und, ja, da gibt's halt unterschiedliche Seiten. Ich hab da schon eine gefunden. Aber vielleicht habt ihr ja noch besser, ja. So. Oh. Wir sind jetzt, wir müssen tanken. Wir müssen tanken. Jetzt muss ich mal, echt mal gucken. Ja, weil ich ja auch verdammt schnell fahre, ne. Also, ich kann noch 207 Kilometer fahren. Meine Strecke ist, äh, ja, das passt. Das passt gut. Gut. Ja, Durchschnittsverbrauch von 55 Liter. Hat natürlich auch damit was zu sagen, weil ich ja auch ordentlich schnell fahre. Und wann bin ich da? In einer Stunde, also in anderthalb Stunden bin ich ungefähr da. Oh. Oh, dann sind wir auch weiter in... Ach, wir sind ja schon in Deutschland, ne. Ja, stimmt. Wir sind schon in Deutschland. So, überholt. In deutscher Lande. Ja, eine andere Sache ist natürlich, wollt ihr mehr noch von Skandinavien sehen, dann, äh, das wäre ja auch mal so ein Ding. Dann fahre ich nicht mehr mit dem nächsten LKW wieder hoch nach Skandinavien. Aber welche Tour, das kann ich noch nicht sagen, weil ich mir da noch ein LKW hole. Das, äh, oder ich spawne dann einfach da, wo ich halt, äh, dieses Gerät finde, was ich eben gerne haben möchte, ne. Also. Was ich da machen werde, ne. Also, ist ja noch eine, eine kleine Überraschung. Aber ich werde es wahrscheinlich, deine Submails sehen, als was für ein Gerät ich dann unterwegs bin. Aber wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Ich kann hier immer alles vorhaben. Och, guck dich mal an hier. Ui, ui, ui. Schön, na, sehe ich schon, die, ja. Die Lichteffekte da von der Sonne, die strahlen. Ja, schön. Ui, 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 ui. So, ja, dann fahren wir jetzt hier runter. Lassen wir ihn auch ein bisschen ausrollen. Ab nach Kiel. Ja, bremsen, bremsen, bremsen. Ach, was ist denn das hier für eine Murmel hier? Hier ist es doch nicht, ey. Hier ist ja auch wieder so ein Opel-Fahrer. Ja, Jules, dann dürfen wir nur 40 fahren hier, aber... Der Mercedes-Fahrer vor mir. Ah, der kommt nicht von hier. Der kommt aus Bonn. W.N. Barok Bonn. Oh. Mann, mach doch mal hin, ey. Ich hoffe, der fährt jetzt hier rüber. Komm. Oh, der fährt rüber. Na ja, gut, jetzt hat der... Ich gehe in die Geschwindigkeit mehr. Jetzt muss ich jetzt, wenn wir hinterher tuckeln. So, ach, wir müssen sowieso wieder rüber. Ach, das ist immer peinlich, wenn du dann in die falsche Richtung erstmal fährst. Und dann musst du dich wieder umentscheiden. Aber Richtung Kiel ist ja zwei Sprühen. Dann kann ich ja wieder zurück. Oh Gott, das ist ja doppelt peinlich. Am wenigsten brauche ich nicht schlafen gehen. Da konnte ich ein bisschen in der Fähre ausruhen. Ah, da könnte man nicht hier auch so eine große Brücke rüberfahren hier. Also eine richtig große. Irgendwas war noch gewesen da. Oh, wir sind rotzfrech, ey. Ah, scheiße. Ah, verdammt, ey. So, ja, Kiel. Sieht ja erstmal noch nicht so einladend aus. Ich weiß gar nicht, ob Kiel eine schöne Stadt ist. Aber ich denke mal schon, dass sie schön sein wird. So, dann müssen wir vorne ja schon rüber. Rostock, Berlin. Also ins Zentrum muss ich nicht. Ich muss ein bisschen außerhalb. Ich hätte auch gerade ausfahren können. Ah, ja. Er wird schon wissen, warum ich hier langfahre. Das nahe mir halt immer recht. So. Ich denke mal, ich werde jetzt auch zu irgendeinem Möbelhaus vielleicht fahren. Vielleicht zu Ikea. Das könnte ich mir gut vorstellen. So, der kommt aus Frankfurt. Oh, langsam wird es hell. Schön. Schön, schön. Oh, 200 Liter. Über 100 Liter. Verbrauch, Gottes Willen. Also hier mein momentanen Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer 56 Liter. Das würde ich mit meinem Golf keine 100 Kilometer schaffen, weil der hat nur einen 55-Liter-Tank. So wie alle Golfs irgendwie. Oh. Passat hatte damals glaube ich 63 Liter-Tank. So. Fahren wir mal hier rüber. Ah, die regen sich bestimmt schon auf. So. Äh, was macht denn der hier? Er hat hier eine Grütze zurecht. Ach, da ist ja schon mein mein Verlade-Gedülz. Na, herrlich. Da ist es. Schön. Was haben wir denn da von Anhänger hier? Wollen wir es heute mal probieren, was ich einparke? Wir probieren es einfach mal. Oh, hier ist das Licht ausgegangen. Oh. So, komm. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ah, jetzt kommt er wieder zu weit rum. Da muss ich nochmal gegenlenken. Ne, ne, ich will heute mal ordentlich einparken. Ich weiß gar nicht, ob ich jemand geschrieben hat, dass er sehen möchte, dass ich parke. Oh, ja, 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 ja. Ist schon ein bisschen rumgeeiert. Und das... Das ist meine ich optimal. Das meine ich so optimal. Kriege ich den noch irgendwie rum. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh, komm. Rum, rum. Und wieder zurück. Sonst ist er zu schnell wieder rum, also... Ah, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh, ich habe falschen Knopf gedrückt. Ah. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Und jetzt wieder zurück. Äh. Äh. Maximus, der Einpark-Assistent hier. Ja, jetzt. Ich bin wirklich der absolute Held hier. LKW fahren. Ich weiß gar nicht, wie ich in einem echten Leben das gemacht habe, also beim LKW-Führerschein. Da hatten wir ja nicht so eine Auflieger, die ja wahrscheinlich doch ein bisschen einfacher sind als diese Anhänger, ne? Die ganz normalen. Da haben wir es! Ja! Gute Arbeit. Was haben wir denn gemacht? Bestimmt wegen Unfall oder so. Ja, ja. Schaden. Gut. Mode aus. Ja, bei Schenke haben wir es abgegeben. So, das soll es erst mal gewesen sein. Hier im schönen Kiel. Und wenn ihr natürlich, ähm, mehr sehen wollt oder andere Sachen, die ich hier gefragt habe, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, denn dann weiß ich, was ich bringen kann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.